Was ist ein Meditationskissen? Ein Meditationskissen ist ein normalerweise rundes Kissen, das speziell hergestellt wurde, um dem Praktiker das größtmögliche Maß an Ausrichtung und Komfort der Wirbelsäule zu bieten. Zwei grundlegende Einstellungen bei der Meditation sind das richtige Zuhören und die richtige Haltung. Körperliche Stille ist notwendig, um eines von beiden zu erreichen. Ein Meditationskissen ist hilfreich, da es schwierig ist, bewegungslos zu bleiben und zuzuhören, wenn die Aufmerksamkeit des Praktizierenden auf Schmerzen im Körper gelenkt wird. Wenn das richtige Meditationskissen ausgewählt ist, hilft es einem aufrecht zu sitzen. Wenn der Körper mit der Wirbelsäule in einer korrekten Ausrichtung sitzt, ist er stabil und erleichtert so die Stille des Atems. Für Meditierende mit anhaltenden körperlichen Problemen wie chronischen Schmerzen aufgrund von Arthritis steht ein Meditationskissen mit Rückenstütze zur Verfügung. Das Meditationskissen ist eine persönliche Wahl entsprechend den Bedürfnissen und Wünschen des Praktizierenden. Meditation mit einem Zafukissen ist eine beliebte Wahl, da es je nach Ort oder Oberfläche, an dem die Sitzmeditation stattfinden soll, Spezialkissen gibt. Der Meditationskissenstil, den man zum Sitzen auf Beton auswählt, bietet nicht den gleichen Komfort, wenn man auf einer weicheren Oberfläche sitzt. Experten schlagen vor, dass bei der Auswahl eines Meditationskissens das erste Kriterium darin besteht, zu bestimmen, wo die Meditation die meiste Zeit geplant ist. Handgefertigte Kombinationen aus zwei und drei Kissensätzen sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Beispielsweise kann ein Zafusitzkissen mit einem Zabuton gemischt werden, der das Gewicht von Knien und Knöcheln trägt. Wenn mehr Höhe benötigt wird, hebt ein drittes Kissen die Beine für maximalen Komfort an. Erfahrene Meditierende wünschen sich ein Rückenlehnenkissen für die korrekte Ausrichtung der Wirbelsäule. Spezialsets sind zwar teurer, aber die zusätzlichen Kosten sind möglicherweise eine gute Abwägung für weniger Schmerzen und mehr Komfort. Je nach persönlichem Geschmack gibt es mehrere Möglichkeiten zur Kissenfüllung. Die häufigste Füllung sind Buchweizenhülsen. Sie sind geschmeidig und bewegen sich, um der meditierenden Position gerecht zu werden. Der Kapokwüller ist fester und passt sich allmählich der Körperform an. Hartschaum ist eine weitere Option. Wenn die Meditation am häufigsten im Freien durchgeführt wird, bietet die Wahl eines Meditationskissens mit einem abziehbaren Bezug mit Reißverschluss die Möglichkeit, es nach Bedarf zu waschen und zu trocknen. Bezüge aus Samt, Seide oder anderen nicht waschbaren Materialien eignen sich besser, wenn sie ausschließlich für das Üben im Innenbereich vorgesehen sind. Es ist eine gute Idee für einen Praktiker, Vergleiche einzukaufen und verschiedene Arten von Meditationskissen auszuprobieren, bevor er sich für eines zum Kauf entscheidet.